Lesen Sie weiter Ich bin mit diesem Koffer sehr zufrieden. Das Einfachzahlen-Schloss ist gut zu handhaben und der Koffer lässt sich leicht und leise auf den Rollen schieben. Der anfängliche Kunststoff-Geruch verfliegt recht schnell nach einem Tag auf dem Balkon. Schöne Farbe und stabil sieht sehr gut aus. Klare Kaufempfehlung Den Koffer habe ich für meine Mutter gekauft. Als ich den Koffer ausgepackt habe hatte ich einen durchaus positiven Eindruck. Stabil auch die Rollen und auch der Griff der verstellbar ist haben auf mich einen extrem positiven Eindruck gemacht. Da meine Mutter den Koffer öfters benutzt kam von ihr das Feedback, dass sie damit sie zufrieden ist. Über Langlebigkeit kann ich nicht viel sagen. Es ist doch immer eine Frage, wie oft man den benutzt. Wenn man ständig auf Reisen ist und den Koffer dann auch immer benutzt, wird er natürlich auch schneller kaputt gehen, aber wie alles andere auch. Aktuell gibt's von mir eine klare Kaufempfehlung. Ich finde das Produkt in Ordnung. Schön zu sehen, dass die Rezensionen von anderen Kunden hier passen. Natürlich kann es sein, dass ein hochwertiges Produkt vielleicht für ein paar 100 Euro hier besser verarbeitet ist. Das kann sein muss es aber nicht. Der Koffer hat eine sehr gute Größe und ist sehr leicht zu rollen. Das Rot ist eher ein dezentes, angenehmes Rot, kein Knalliges. Die Reißverschlüsse lassen sich leicht auf und zu machen. Der ausziehbare Griff macht einen recht stabilen Eindruck und lässt sich in drei Positionen herausziehen. Die Innenseiten des Koffers sind mit einem verstärktem Polyesterstoff versehen, was zeigt, dass auf Qualität geachtet wurde. Ich bin sehr zufrieden mit dem Koffer und würde ihn wieder kaufen. Ein ganz toller Koffer. Das Türkis ist wirklich eines, exakt wie auf den Fotos, er scheint sehr robust zu sein, härtetest steht noch aus, er hat eine zweckmäßige Aufteilung, das Schloss ist natürlich praktisch und ist sehr einfach zu handhaben und last but not least sei noch positiv hervorzuheben, dass sich der Koffer d. Mein alter Koffer war schon ein guter, Marke, der mit seinen Rollen aber längst nicht an diesen herankommt. Preisleistung daher unschlagbar. Ihr Browser unterstützt HTML5 Video nicht. Ich habe zwei Koffer bestellt. Nachdem ich einen Koffersuch-Marathon in meinem Umkreis durch hatte, habe ich diese beiden Koffer sofort und ohne nachzudenken bestellt. Koffer sind pünktlich gekommen, unbeschädigt und genau das was ich wollte. Top Qualität zu einem super Preis. Machen einen stabilen Eindruck, auch das Schloss in eine gute Qualität. Danke gerne wieder. Die Lieferung sehr schnell. Die Koffer waren doppelt verpackt, in zwei richtig stabile Kartons. Zusätzlich in Folie gewickelt und mit Styroporecken gesichert. Ich werde die erst im Juli verwenden, also für aussagekräftige Rezension ist noch zu früh. Die sehen sehr stabil aus. Leicht und doch robust. Die Räder leichtgängig, zumindest im leeren Zustand. Ich bin mit diesem Koffer sehr zufrieden. Das Nettogewicht liegt mit 24 bei etwa 4 Kilogramm, die man beim Hochheben aber gar nicht merkt. Ich habe mir den Koffer etwas schwerer vorgestellt. Die Rollen sehen ziemlich stabil aus und lassen sich problemlos drehen. Dadurch kann der Koffer völlig mühelos in alle möglichen Richtungen gerollt werden. Achtung, selbst bei leichtem Gefälle empfiehlt es sich, den Koffer immer festzuhalten, sonst rollt er einem davon. Der Reißverschluss lässt sich problemlos öffnen und schließen. An der Außenseite befindet sich eine schwarze Guminierung auf dem Reißverschluss, die wohl als Regenschutz dient. Ob dies die Innereien des Koffers vor Nässe schützt, muss ich erst noch testen, aber es sieht zumindest vielversprechend aus. Durch die Guminierung muss man beim Schließen des Reißverschlusses darauf achten, dass man sie besonders an den Ecken des Koffers entsprechend anhebt, da sonst der Reißverschluss nicht richtig schließen kann und es zu dem Bekannten der Reißverschluss will nicht. Ausruf führen kann. Im Innenteil befindet sich auf der einen Hälfte ein weiterer Reißverschluss, der die eine Hälfte des Koffers blickdicht von der anderen Hälfte abtrennt. Auch hier funktioniert der Reißverschluss problemlos. Der bekannte Spanngurt auf der anderen Seite des Koffers funktioniert ebenfalls mühelos und ist sogar größenverstellbar, sodass man da noch ein wenig Spielraum hat. Die Griffe des Koffers sind gamm-meinert und sehr angenehm. Sie werden bei der Lieferung mit Folie eingepackt, die man problemlos entfernen kann. Der Teleskopgriff hat drei leicht einstellbare Stufen, um die Größe anzupassen. Die Farbe ist sehr leuchtend, und, was mir persönlich sehr wichtig ist, der Koffer ist sehr leise und lässt sich somit ziemlich geräuscharm durch die Gegend rollen. Die Oberfläche hat ein leichtes Muster, was die Kratzfestigkeit erhöht, die bei glatten und glänzenden Kofferoberflächen nicht gegeben ist. Für das TSA Kombinationsschloss Zahlenschloss liegt eine Anleitung bei, mit der es sich rechtzügig einstellen lässt. Die Paket kam nach zwei Tagen bei mir an und wurde mit Hermes geliefert. Klick link in description for more reviews. Thanks for your watching. Outro Outro